Zuerst haben wir die Junker auf, da kann man die Junker aufbauen. Dann gehen wir rein und erledigen den Rest der Nullsektor-Truppen, sichern das Gebiet und brechen die Geistung. Jeder von uns hat eine faktische Drohne, die ist... Wir können uns auch wieder aufbetteln, wenn wir verwundet werden. Da hab ich jetzt eine Aufmerksamkeit. Hackt gestartet. Bleibt in der Nähe des Terminals, bis es gehackt ist. An alle. Nullsektor-Einheiten nähern sich ihrer Position. Geht los! Sie haben unser vollstes Vergnung, Tracer. Hier kommt die Zepa von Kurver! Ja! 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 Die Zepa von Kurver! Ja! 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 Aber der ist wichtig, die ihr in der Nähe des Lebens ausgestürztet ist. Genau! Und der sind die Zepa von Kurver! Und der ist die Zepa von Kurver. Eine Nullsektor-Truppe! Ja! Oh, ja, 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 ja. Das war's für heute. Was ist das? Die Schiff hat es erwischt. Die Schiff hat es erwischt. Was sollten Sie sehen? Ich hoffe, wir haben jetzt lange aufbessert. Es ist leid. Hier kommt der Stimmermann. Die Schiff hat es erwischt. Die Schiff hat es erwischt. Was sagen Sie? Aufstehen, meine Liebe. Es gibt noch zu tun. Die Schiff hat es erwischt. Was? Die Schiff sind weg. Der Frischling ist richtig weg. Das war's für heute. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020